Bevor euch alle auf den Weg macht, wir brauchen noch ein paar gute Ideen für unser neues Video. Wer von euch hat Vorschläge? Ach Leute, so spät ist das doch gar nicht. Hier ist kein Tag wie jeder andere und gerade das ist doch das Spannende. Moin Jungs, was macht die Wartung? Ja, ich habe das Öl an der Vakuumpumpe gewechselt und sie auch noch gesäumert. Und ich habe die Gleitringdächtung an der Milchpumpe erneuert und auf Dichtigkeit überprüft. Wow, da seid ihr schon durch. Dann könnt ihr noch mal kurz meine Pulli-Brush machen. Ja, kurz. Ja, das stimmt. Hier ist kein Tag wie der andere. Ganz genau, denn wir bringen ja auch alles wieder zum Laufen. Ja, das Rotiergatter funktioniert wieder und ihr könnt jetzt weitermelken. Alles klar, vielen Dank. Dann kann es endlich weitergehen. Moin, hier ist Hauke. Moin, Hauke. Wir bräuchten mal Hilfe bei den Einstreu-Roboter. Ich bin unterwegs. Ich fahre jetzt los. Ja, das hat ja heute richtig gut klappt. Was? Doch, er hat doch super klappt. Ja, dann ist er doch überträcht. Ja. Jo. Wir helfen uns. Immer und überall. Sagst du nur bei den Mario haben das auch? Nee, ich bin zufrieden. So wie der das ist. Ja, das ist doch klasse. Wir haben noch die modernste Technik. Lass uns sie auch zeigen. Schau mal Dirk, die Kühe finden das Melken toll. Oder was sagst du? Ja, das ist ja beeindruckend. Die Zahlen nehmen sehr eindeutig nach oben. Ich würde sagen, das ist ein Grund, dass wir anstoßen können, oder? Auf den Erfolg. Klasse, sehr schön. Aber einen habe ich auch noch. Eure Jobs für uns sind sicher. Und mit eurem Know-how seid ihr fit für die Zukunft. Jo, der Matto. Jo, der Matto.